Meinst du wirklich, wir sollten die auch noch trinken? Immerhin hatten wir mindestens vier Mojito auf der Paten. Ich sag mal, alles was locker macht. Okay. Hast du auch Musik da? Äh, ja, klar, Moment. Auch was anderes? Ja, klar. Da sind 500 CDs in der Serie rechts da drin, die wollen uns dabei sein. Oh, das glaub ich aber auch. Ah, super. Nocesitas Mexicanas von Mariachi Mexico. Kennst du? Äh, fast stimmungsvolleres, ja? Ja, klar, drück einfach auf random. Wie gesagt, 500 CDs da ist bestimmt etwas dabei. Die neue CD kommt nächste Woche rauf. Müsste nicht anzusehen. Kalle, Flösch und Flo. Das habe ich aber lange nicht mehr gehört. Müsste dein Ding? Du kannst ja was anderes sehen. Scheiße, Frau Papalando. Wer? Ey, das gibt's gar nicht. Das ist meine Putzfrau. Wenn die hier putzt, dann schmeißt die irgendeinen Scheiß in mein CD weg. Dann nimmt das Zeug aber hinterher nicht raus und ich blamiere mich hier vom Internet. Ist das kein Problem? Wir können doch was anderes hören. Echt? Ja, klar. Dankeschön. Oh, geil. Oh, geil. Super. Jupiter-Marsch vom Musik vor der Schutzpolizei Berlin unter der Leitung von Heinz Winkel. Das ist die Originalaufnahme aus dem Jahr 1948. Das ist die Originalaufnahme von Heinz Winkel. Das ist die Originalaufnahme von Janan. Das ist die Originalaufnahme von Körbüten. Mit der Jäube von Heinz Winkel. Was egal das ist, was ich sie zugreste? Das sieht nicht aus. Oh, well, jetzt du mal! Das ist die Originalaufnahme von Körbüten. Wie derجenste ist, was ich sie dann verloren? Das ist die Originalaufnahme von Körbüten.